I'm not a dare. Courtney vs. Kim, eskaliert mega-zoff bei den Kataschians? In der kommenden Staffel gibt's heftig zur Sache. Während sich die Keping-Up-Witte-Kataschians-Fans bereits auf frische Einblicke in die zurückliegenden Schwangerschaften von Klohe, 34, und Külje, 20, freuen. Steht dem Publikum in den neuen Folgen auch mächtig beef bevor. Erste Dreier zeigen Kim, 37, und Courtney, 39, im Mega-Zoff reißen die Familienbande der Schwestern damit endgültig? Am Sonntag feiert die neue Sia-Son ihre Weltpremiere. Vorschau-Clips zeichnen ein düsteres Bild der geschwisterlichen Beziehung von und, die Marke-Up-Unternehmerin bezeichnet ihre ältere Schwester als die Kardashian. Die am uninteressantesten anzusehen ist daraufhin flippt die Beleidigte aus und will nicht mehr sehen. Ich glaube, ab Ende der vorigen Staffel hat sich eine Menge Spannung zwischen uns entwickelt. Ich habe mich fast jeden Tag gepisackt und kritisiert gefühlt und konnte es einfach nicht mehr ertragen, erklärte den Ausbruch im Gespräch mit E. Neves. Was bedeutet das für die Kardashians? Im Laufe der Folgen werden die Zuschauer sehen, wie die später offenbar einsichtigen Streithennen ihr Verhältnis bessern wollen, versprach. In der Vergangenheit war ich besonders gut darin, nicht emotional zu werden. Jetzt bin ich besser darin, meine Gefühle auszudrücken. Ich glaube also, es ist weiter im Gang, sagte die Dreifach-Mom. Bis zur Versöhnung könnte es jedoch ein langer Weg sein – die 39-Jährige bezeichnet in einem Dreier sogar als verzweifelten, bösen Menschen. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bye, oh! слышche sewer! Wirfristig nicht, eine gute Fische. Bis zum nächsten Mal.